Mit dem Wissen um Mehrwortausdrücke kann ich jetzt natürlich nach sehr langen Ketten suchen und wenn ich wollte sogar nach ganzen Sätzen. Das wird aber in der korpuslinguistischen Praxis so gut wie nie vorkommen. Viel, viel häufiger ist der Fall von variablen Slots, also wo wir uns an bestimmten Positionen nicht auf ein konkretes Wort festlegen wollen. Das heißt, das folgende Beispiel ist linguistisch vielleicht nicht so wahnsinnig spannend und wir wiederholen und üben damit auch nur ein paar Strategien, die wir über die letzten Folgen schon kennengelernt haben. Suchen wir also spaßeshalber nach der Kette the house, und zwar so. Dann sehen wir beim Durchblättern, dass nach house sehr häufig of folgt, gefolgt von Strings, die dann als Ganzes eine politische Institution bezeichnen, also house of representatives, house of commons und house of loads. Angenommen, ich möchte nur nach diesem Mehrwort ausdrücken, spezifischer eingrenzen, dann kann ich diese Alternativen natürlich mit den runden Klammern gruppieren und mit der pipe als oder-Bedingung formulieren. Also modifizieren wir den letzten String so, Klammer auf, representatives, pipe, commons, pipe, loads, Klammer zu, und die Enter-Taste. Wichtig ist natürlich, dass hinter jedem Token der %c-Operator steht, um Groß- und Kleinschreibung zu ignorieren. Man könnte natürlich argumentieren, dass house of commons und house of loads jeweils Eigennamen sind und immer groß geschrieben werden und könnte dementsprechend nur nach Großschreibung suchen. Aber das setzt natürlich voraus, dass diese Konvention auch immer von den Autoren und Autorinnen befolgt wurde, deren Texte in einem Korpus vorhanden sind. Man sollte sich aber grundsätzlich nicht darauf verlassen, dass alle Korpustexte immer den orthografischen Konventionen entsprechen. Außerdem sollten sie sich an die %c-Notationen gewöhnen. In diesem Beispiel ist es vielleicht offensichtlich, dass man die Großschreibung braucht, aber leider vergessen viele gerade am Anfang, dass der umgekehrte Fall viel gravierender sein kann, also wenn sie den Operator nicht gesetzt haben und ihnen ein großer Teil von Belegen in Großschreibung entgeht. Als Übung können sie ja mal ausprobieren, ob und wie viele Belege ihnen entgehen, wenn sie den Operator hier nicht setzen oder alles mit Großbuchstaben schreiben. Wir sehen hier allgemein, dass die Operatoren, die wir kennengelernt haben, für Tokens einzeln eingesetzt werden können. Das heißt konkret für das Auffinden eines komplexen Musters, dass die Formulierung für ein Token des Musters unabhängig von der Formulierung eines anderen Tokens in der Abfrage ist. Das macht diese Abfragesprache zwar auf den ersten Blick etwas unübersichtlich und auch sehr komplex und benötigt etwas Übung, aber es macht sie genau deshalb auch sehr mächtig und das werden wir uns noch sehr zunutze machen. Andererseits heißt es natürlich auch, dass man sich genau überlegen muss, was in einem Muster vorkommen kann und das sollte im Idealfall natürlich einerseits vorab geschehen, andererseits hilft es aber auch, eine Anfrage zuerst recht vage zu formulieren und dann gegebenenfalls zu verfeinern. Vielen Dank.